Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, moin zusammen, ich begrüße euch zu einem neuen Video von Holger und Mia. Ich bin hier gerade in Berlin unterwegs, da hinten ist das Brandenburger Tor, hier ist das Holocaust-Denkmal. Ja, warum bin ich hier? Ich bin also heute Morgen losgefahren, habe Imkes Model 3 dann mal auf der Langstrecke probiert, das geht ausgezeichnet, habe zweimal kurz geladen. Ja, der hat auch richtig schnell geladen, also was der Charger halt hergegeben hat, da ist also alles in Ordnung, tolles Auto. Ja, dann bin ich heute Mittag hier angekommen und warum das Ganze? Ja, Holger, der ist für einen Preis nominiert und zwar einen ganz besonderen Preis und zwar der Preis wieder des Paragrafen-Dschungels für seine Tätigkeit 20 Jahre Balkonkraftwerk. Dafür soll er also vielleicht, wenn er den Preis gewinnt, ausgezeichnet werden, er ist also nominiert. Und ich bin natürlich jetzt mit zur Preisverleihung gekommen, die findet heute Abend um 19 Uhr in der Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern statt. Das ist nicht irgend so ein Preis, sondern das ist richtig was Besonderes. Ein Preisträger war zum Beispiel Günther Jauch und der Preis, der ist mit 50.000 Euro dotiert. Also der ist richtig was wert und das wird da wohl ein ganz großer Bahnhof. Ich habe also feinen Zwirn eingepackt. Ich meine seit Corona, seit anderthalb Jahren habe ich irgendwie keinen Anzug mehr angehabt. Musste erst mal checken, ob das alles noch passt und so. Ja, und der Preis wird gestiftet von der Werner Bonhoff Stiftung. Werner Bonhoff, Modeunternehmer, ist im Jahre 2000 gestorben, war zuerst nur Modeunternehmer, dann auch Immobilienunternehmer und hat ein Leben auf der Überholspur geführt und hat ein kleines Vermögen gemacht. Und ist dann leider im Jahre 2000 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, Autorennen, der auch gefahren und so. Ja, also ein Leben auf der Überholspur soll einen 600 PS starken Porsche auf der Nordschleife regelmäßig bewegt haben und soll da auch Autorennen gewonnen haben. So, der ist dann verstorben im Flugzeugabsturz, habe ich aber schon gesagt. So, und jetzt wird das, wurde das Vermögen von Werner Bonhoff in diese Stiftung eingebracht, die jetzt Leute auszeichnet, die sich aktiv gegen Bürokratie zur Wehr setzen. Ja, und da sind die auf Holger gekommen und das ist, ja, richtig, hier sind wir gerade hier im Botschaftsviertel, hier sind die ganzen Landesvertretungen. Jedes Bundesland hat ja in Berlin eine Landesvertretung und so wie ich das recherchiert habe, findet das jedes Jahr in einer anderen Landesvertretung statt. Und jetzt findet das halt in der Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern statt. Ich bin ganz gespannt. Ich war selber schon ein, zwei Mal in der Bremer Landesvertretung. Das ist irgendwie auch was ganz Besonderes, da eingeladen zu sein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob Holger diesen Preis heute dann mit nach Hause nimmt. Also heute eine kleine Folge aus Berlin. Jetzt, wo ich es drehe, ist Donnerstagnachmittag, 16.30 Uhr. Und um 18 Uhr fahren wir dann darüber zur Landesvertretung und sind gespannt, ob Holger den Preis mit nach Hause bringt. Na, Conny, bist du aufgeregt? Ein wenig. Ja, ist man. Ich muss erst mal gucken, ob mein Anzug noch passt. Anderthalb Jahre seit Corona musste ich das nicht mehr anziehen hier. Könnt ihr mal sehen. Ich kann noch einen Krawattenknoten binden. Der läuft noch, ne? So, und jetzt haben wir hier den Potsdamer Platz hier vorne. So, hier sind die Preisträger. seit 2006, 2008, Günther Jau. So, und hier geht es weiter. Und das heute ist eine Doppelpreisverleihung. Das heißt, 2020 und 2021 wird geehrt, weil letztes Jahr hat es dann irgendwie wohl nicht stattgefunden. So, guck mal, wer da ist, Holger. Komm, wir gehen mal raus und quatschen mal. Ja, damit wir die Massen loswerden, ne? Ja, genau. Holger. Moin zusammen. Holger, bist du ein bisschen nervös? Du hast dich ja richtig in Schale hier gebrochen. Hat meine Frau gemacht, ja, was soll ich sonst machen? Darf ich dich mal filmen? Mach keinen Ärger, sonst muss ich immer so rumlaufen. Ja, sieht gar nicht schlecht aus hier. Und das ist hier alles so feierlich hergerichtet. Da hinten gibt es Blumen und ist dir das bewusst? Das könnte für dich sein? Weiß ich nicht, wir werden sehen. Was ist das für ein Gefühl? Ja, hört sich gut an, ne? Ich denke mal, mal gucken, was passiert. Und hier sind alles so feine Herrschaften in Schlips und Kragen. Hast du gar nicht mit gerechnet, ne? Kannst du dich denn heute benehmen? Ich, wie wurde schon gesagt, ich muss mich in meiner Ausdrucksweise mäßigen. Ja, ja, ja. Du musst das im Prinzip so machen, wie als wenn ich das schon geschnitten hätte. Genau. Wahrscheinlich haben die deine geschnittene Videos gesehen. Und haben gedacht, den können wir nehmen. Ja, wenn das einmal durch den Dennisfilter durch ist, dann geht das, ne? Also hier, das ist aber schon beeindruckend hier, diese Botschaftsgegenden. Jedes Bundesland hat so eine Botschaft. Die Bremer haben auch so eine Botschaft. Und der pure Luxus hier, ne? Und weißt du, was die Bremer haben? Die haben im Keller eine Kneipe und die heißt Kajüte. Und die ist aus Bonn hier nach Berlin hergekommen. Und da saß ich schon drin und hab gezecht. Ja. Du hast richtig gezecht? So, wir haben jetzt eben draußen was gegessen und zu trinken gekriegt. Das ist hier ziemlich feierlich. Ja, und jetzt begrüßen wir gleich die Hausherrin, die Staatssekretärin Dr. Antje Draheim. Das ist die Hausherrin hier aus Meck-Vorpommern. Meck-Vorpommern heißt es so? Ne, Mecklenburg-Vorpommern. Meck-Pommern oder Mecklenburg-Vorpommern, ne? So ist es richtig. Ja, und dann wird zuerst der Preis 2020 verdient und dann 2021. Und dann gibt es eine Laudatio. Ja, und jetzt sind wir ganz gespannt. Und Holger ist nominiert. Holger, bitte? Was hast du? Was sagt sein Spannungsbarometer? Ja, es steigt. Also ich bin ja sonst immer nicht der aufgeregte Typ. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt wäre ich nervös. Wir freuen uns sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen. Wir haben ja sowieso das späteste Bundesland. Ich finde, wir haben auch die schönste Botschaft. Das ist ja ganz klar. Und am Ende eines schönen Sommers. Der jetzt hoffentlich alle zu weit in solchen Veranstaltungen führt. Da ist er, meine Damen und Herren. Ich würde mich mal anziehen. Der zweite Sonderlaudelei bringt in Deutschland ein Balkonkraftwerk für die Steckdose auf den Markt. 2013, da hatte die EU alle Mitglieder verpflichtet, also auch uns in Deutschland, den Ausbau der Eigenversorgung mit erneuerbaren Energien zu erleichtern. Das tut voller Laudelei, aber Deutschland hat keine pragmatischen Regeln für die Umsetzung solcher kleinen Anlagen erlassen. Das führt zu großen Problemen. Der Unternehmer leistet Überzeugungsarbeit. Er engagiert sich in diversen Gremien. Und mittlerweile kann jeder Haushalt im Land diese Art von Solarsprung jetzt unproblematisch erziehen. Und er hat eine wichtige Brücke gebaut. Auch das ist im Moment sehr wichtig. Zwischen Fachkräften und dem Arbeitsmarkt. Das war unser Vierter. Wer hat gewonnen? Wer ist Preisträger 2021? Die Auslösung diesmal in Form der Donatio. Und die kommt von Kai Drawe. Das ist der späte Vorsitzende des Kuratoriums, der Werner von Norden aufsteht. Bitte schön, ihr gut. Nun noch mal zu unserem diesbeigen Gastträger. Unseren Preisträger des Jahres 2021 kannte ich zunächst nur aus unzähligen YouTube-Videos. Vor einigen Jahren interessierte ich mich nur für das Thema kleine Fotovoltaikanlagen und fing an, doch der Google zu befragen. Ich fand Begriffe wie Guerilla-PV und meine Neugierer gewählt. Während meiner Recherche sah ich immer wieder Hinweise auf unzulässig in Deutschland, obwohl in den europäischen Nachbarn offenbar ohne Probleme möglich. Das EU-Parlament, wir hatten es eben schon gehört, setzte sich bereits im Jahr 2013 für kleine dezentrale PV-Anlagen ein. Nach einigen Wochen der Recherche beschloss ich selbst, auch ein Gerelierer zu werden. Jede gute Geschichte fängt auch damit an und es begann so. In dem Fall möchte ich auch so beginnen. Unser Preisträger beschäftigt sich seit dem Jahr 1992 mit dem Thema regenerativer Energie. Durch seine Pionierarbeit und sein beharrliches Riemen mit der Bürokratie hat Herr Laudelay als einer der wesentlichen Akteure dabei geholfen, interessierten Bürgern ein praktisches Angebot machen zu können, durch ihr eigenes Balkonkraftwerk unkonkurziert Solarenergie zu gewinnen und damit eine teilte Strobelastelle zu decken. Herzlichen Glückwunsch zum Werner Bonner Kurs 2021. Applaus So, dann sind wir zu Hause. So, wie geht's dir? Wie ist es gelaufen? Also ich muss natürlich sagen, ich freue mich riesig, dass ich diesen Preis gewonnen habe. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe das schon, die Nominierung habe ich schon als große Ehre empfunden. Und jetzt den Preis natürlich gewonnen zu haben, ja, ist es einfach schlichtweg hamulsch. Ja, und das wird nämlich dazu führen, dass wir gestärkt werden jetzt in unseren ganzen Aktivitäten und gnadenlos weitermachen werden, um Balkonkraftwerke weiter in die breite Masse zu bringen. Ja, ich bin überwältigt, dass Eugen so einen Preis gekriegt hat. Ich meine, er hat immer so viele Ideen und so viele verschiedene Ideen. Und jetzt bin ich gut, dass wir für sein ganzes Engagement haben wir aufgezahlt. Ich finde das großartig. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin happy. Dennis, es ist doch auch letztendlich dein Preis. Was hast du dafür alles tun müssen? Du musstest dich auf dem Kanal komplett dafür einsetzen, dass wir das überhaupt hingekriegt haben. Und alles durch deinen Schnitt durch. Ich musste sogar auf Dach klettern bei Trofen. Ja, genau. 2,50 Meter. Ohne dass du ein Gewuss aufgestellt hast. Das war saugefährlich für dich, Dennis. Sau gefährlich war es. Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich bin dir trotzdem dankbar. Und ich bin heute sogar nach Berlin gefahren. Was meinst du, wenn man nach Berlin reinkommt? Was denkt man dann als Autofahrer? Man denkt, warum bin ich wie mit dem Zug gefahren? Was soll das hier? Also ich habe mich heute schon wieder richtig in Gefahren gegeben. Ich weiß, ich bin immer wieder stolz auf dich. Was du noch für ein ganzer Kerl bist. Nur mehr, wir gehen ein Trink. Ciao. Ciao, die Strecke nehmen wir mit. Ja, das ist schon geil, wenn man bedenkt, dass man da Kleinstarbeit leisten kann. Und diese enorme Geduld, die dahinter steckt. Auch von den Mitstreitern. Ich werde den heute noch ein paar Mal auf die Schulter klopfen. Ja. Ich muss mich nochmal stärken. Und das ist das ganz große Problem. Die Büsse sich jetzt weiter beugen. Das gibt eine innerliche Gefühle. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020